So, ich warte mal den Kumpel an. Ich wollte noch ein YouTube-Video reden für euch, aber... Irgendwie ist hier, weißt du, 0, 1, 3, 0, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 7, 4, 4, 7, 6, 2, 3, 1, 5, 4, 6, 5, 2, 3, 9, 1, 9, 5, 4, 2. Ja. Hey, Gaffield, alles klar? Was geht bei dir? Hey, was geht bei dir? Hab ich gefragt. Genau, hey. Ich wollte hier gerade ein YouTube-Video machen für meine Kollegas, aber... Ich hab hier gerade irgendwie zwei Weiber auf der Bühne hier stehen und die tanzen so komisch. Ne, 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 ne. Dann tanzen die rum, weißt du? Ich hab keine Ahnung, ob man dem ins Gehirn geschissen hat, ob die sich zu viel Botox gespritzt haben oder so, alter, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall tanzen die ganze Zeit rum. Na ja. Ja, sag mal, hast du Bock, mit mir ein Video zu machen? Ja? Ja, keine Ahnung, so scheiß der Hund drauf, ihr Lappen oder so soll das heißen? Das Stück, ja? Ja, keine Ahnung. Ja, ich schreib dir mal kurz zur WhatsApp, ey, Digga, ich meld mich gleich bei dir. Ich meld mich gleich bei dir, hab ich gesagt. Ja? Ja, okay, ey. Ja, ich schreib dir den eben doch rein, ey. Ja, kann die beiden Mädels mal aufhören zu tanzen, die machen mich voll Kirre im Kopf, ey. Leute, was ist los bei euch? Hat man euch ins Gehirn geschissen? Oder habt ihr die Tage, oder was ist los bei euch, ey? Ey, ding, ding, ding. Ich schreib jetzt mal kurz zur Wurzeln. Oh, wie soll ich verfickte kleine Katze mit diesem scheiß kleinen Handy mit meinen riesengroßen, ins Roten, klar, komm, Leute. Ach, kack drauf, Leute, naja. Na gut, dann tanze ich mal mit den Weibern mit. Scheißegal, ich mache alle mal ein YouTube-Video. Komm, wir tanzen für die Leute. Komm, let's dance. Let's dance in Twist with me.